Ich möchte Nachrichten, die von uns für uns gemacht sind. Na dann schau doch einfach mal auf view.berlin vorbei. Da kannst du dir Themen und Interviewpartner wünschen, abstimmen und deine Meinung sagen. Ich habe in der Schule so viel gelernt, aber was mache ich jetzt damit? Es gibt so viele Möglichkeiten. Das fragt man sich, oder? Auf view.berlin gibt es Infos, Tipps und Erfahrungsberichte von anderen rund um Beruf, Ausbildung und Ausland. Wir wollen, dass unsere Fragen an die Politik beantwortet werden und dabei sein, wenn unser Kiez sich verändert. Das ist doch kein Problem. Auf view.berlin findet ihr Infos, Ansprechpartner und Unterstützung für eure Projekte. Ich würde gern mit mehr Leuten auf dem Boysplatz kicken. Dann erstell doch eine Veranstaltung auf view.berlin und mach Werbung für deine Projekte und Ideen. Wir wollen, wie die Profis Musik machen, proben, komponieren und eine richtig coole Show machen. Wo finden wir das in Berlin? Na auf view. Hier gibt es eine Berlin-Karte mit Proberäumen, Tonstudios und vielem mehr. Sei ein Juppie. Sei ein Juppie. Sei ein Juppie. Sei ein Juppie. Juppie. Jupp.Berlin – Das Jugendportal für Berlin.